Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut oder vielleicht reinhört, je nachdem, ob ihr euch gerade die Video-Version anseht oder im KBTV SimRacing Podcast mit dabei seid. Auf jeden Fall schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses kleine Kanal-Update im Juni 2023. Ein Konzept, was ich mir euch schon länger mal überlegt hatte, zumindest mal regelmäßig einen kleinen Ausblick zu geben, wo steht das Projekt aktuell, was läuft super, was vielleicht nicht so, was macht mir Spaß, was möchte ich ändern. Lange Rede, kurzer Sinn, eben für alle, die sich vielleicht ein bisschen tiefer für das Projekt hier interessieren, mal ein bisschen in die Hintergründe reinzuschauen. Und insbesondere alle, die vielleicht nur im Podcast mit dabei sind, aber vielleicht auch auf YouTube haben gemerkt, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ist es hier teilweise sehr ruhig geworden. Auf Twitch bin ich mittlerweile wieder aktiv, wenn auch nicht ganz so regelmäßig, wie ich mir das vornehme. Aber zwei große Themen möchte ich heute mit euch besprechen bzw. euch mitteilen. Nämlich einmal, warum ist es in den letzten Wochen so ruhig gewesen? Dann, wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Und dann noch eine Ankündigung, nämlich die, dass ich meine Twitch- und YouTube-Projekte sowie die Social-Media-Kanäle tatsächlich umbenennen, ihnen einen neuen Namen geben werde und was es damit auf sich hat, warum ich das mache und warum, und ich denke, das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft vorne ab, es die KBTV-Sim-Racing-Community und auch die KBTV-Racing-Teams weiterhin geben wird. Dazu möchte ich euch heute mal ganz kurz abholen. Ganz kurzer Blick in die Vergangenheit, warum ist es in den letzten Wochen, Monaten so ruhig gewesen? Beim Podcast hat es schlicht und ergreifend daran gelegen, dass ich keine Termine zusammenbekommen habe. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, diese lange Pause zu machen. Ich hatte bereits ein paar Termine in der Pipeline drin, aber aus verschiedenen beidseitigen Gründen hat es dann nicht geklappt. Urlaub, krank, Arbeit, irgendwas ist immer dazwischen gekommen. Und dann bin ich irgendwie in so ein Terminloch reingefallen, das ich bisher nicht auffangen konnte. Die gute Botschaft ist aber, es geht mit dem Podcast auf jeden Fall weiter. Ich habe sogar schon ein ganz tolles Interviewgespräch auf der Festplatte liegen, mit dem es dann nächste Woche Sonntag, welches Datum ist das denn? Dann gucken wir mal in die wilde Welt des Internet- bzw. des Terminkalenders. Am 11. Juni wird dann auf jeden Fall die nächste Folge kommen und dann werde ich wirklich versuchen, wieder alle 14 Tage eine Podcast-Folge hochzuladen. Ich habe noch einige interessante Gesprächspartner und Partnerinnen auf der Liste stehen. Das Schwierigeste ist wirklich, wirklich immer einen gemeinsamen Termin zu finden, in dem dann doch von allen rechtvollen Kalendern. Aber wie gesagt, der 14-tägige Rhythmus werde ich auf jeden Fall versuchen einzuhalten. Und ich werde mir jetzt auch nicht mehr diesen Termindruck machen. Also im Sinne von, wenn ich vielleicht mal mehr zusammenkriege, dann wird es vielleicht auch mal wöchentlich Sonntag wieder eine neue Folge geben. Und wenn es halt mal keine gibt, dann gibt es halt auch mal zwei, drei Wochen Pause. Aber auf jeden Fall werde ich mich da auch wieder ein bisschen mehr dahinter klemmen, denn das Projekt macht mir wahnsinnigen Spaß. Diese Gespräche sind immer super, super spannend und ja auch ein Stück weit auch entspannt. Ich mache das total gerne, diese Gespräche hinter dem Mikrofon führen. Und bloß, dass ihr wisst, das Podcast-Projekt ist in keinster Weise eingestellt. Ganz im Gegenteil sogar. Ich habe richtig Bock, da weiterzumachen. Und wie gesagt, ein Gespräch konnte ich schon führen und die weiteren bin ich jetzt gerade am organisieren. Auf YouTube ist es jetzt auch ein bisschen länger ruhig gewesen. Da konnte ich eine Zeit lang noch von den Streams, von den Rennen profitieren, die ich eben in den Wochen davor aufgezeichnet. hatte. Bin dann aber auch in so ein kleines Motivationsloch eingefallen, denn das Bearbeiten des Streams, das Schneiden, das Hochladen und so weiter, das ist immer relativ viel Arbeit und irgendwie, lass es uns so sagen, wie es ist, habe ich meinen Hintern nicht hochbekommen, es zu machen. Das ist wirklich immer, auch wenn es sich manchmal vielleicht für den einen oder anderen lächerlich anhört, echt eine Herausforderung, so ein Projekt hier neben dem realen Leben und der Arbeit, die die Rechnungen bezahlt, dann eben bei auch noch aufrecht zu erhalten mit den Streams, den Videos, Social Media, Discord und so weiter. Und ja, ab und zu erwischt es mich dann mal. Dann fange ich mal, dann falle ich mal in so ein Loch rein und merke einfach, ich habe keine Lust zu fahren, ich habe keine Lust, Videos zu schneiden. Ich, ja, und diese Phasen sind nie geplant. Die sind manchmal einfach da und so eine Phase ist dann auch in den letzten Wochen gewesen. Da es ja dann auch auf Twitch, was die Livestreams angeht, dann plötzlich auch sehr ruhig geworden ist. Und da hat es primär daran gelegen, dass ich ja hier mein Equipment umgebaut habe. Das heißt, ich bin von der Fanatec CSL Elite auf die DD Pro, genau, auf das, ja, schmucke Teil hier, inklusive Loadcell-Bremse, umgestiegen. Und der Umbau, der ging dann doch schneller, als ich dachte. Aber ich hatte dann so großen Respekt davor, mich jetzt wieder, wo ich ja schon auf der Strecke noch nicht so hundertprozentig sicher bin, egal ob GT7, ACC oder iRacing, mich dann jetzt auch noch an die neue Hardware zu gewöhnen, dass ich dann, ja, wie gesagt, dann in dieses gerade schon beschriebene Motivationsloch reingefallen bin. Andere Leute würden sagen, geil neues Equipment, los geht's. Und bei mir war es eher so ein alles wieder von neu lernen. Ich habe jetzt vor ungefähr zwei Wochen wieder den Hintern hochbekommen, habe gemerkt, es ist alles gar nicht so schlimm. Es fühlt sich besser an, als ich dachte. Und ich habe jetzt auch wirklich wieder Freude am Fahren und plane dann jetzt ab sofort dann auch wieder zwei bis dreimal die Woche einen Livestream auf Twitch zu machen. Die Rennen dann dementsprechend dann auch wieder für YouTube zu verarbeiten. Ich habe auch ein paar andere Projekte im Hintergrund, so ein paar Tutorials, die ich gerne machen möchte, ein paar Real-Life-Sachen, wie zum Beispiel auf der Simracing Expo in Dortmund werde ich dieses Jahr auf jeden Fall sein und so weiter. Also die Ideen gehen mir lange, lange nicht aus. Jetzt versuche ich auf jeden Fall erstmal wieder in den Rhythmus reinzukommen. Wie gesagt, zwei bis drei Mal die Woche Livestream auf Twitch. Und dann gibt es alle ein bis zwei Tage ein Video auf YouTube. Und bisher oder in den letzten Wochen, Monaten, als ich da noch ein bisschen aktiver war, ist es mir gut gelungen, dass es immer so ein schöner Wechsel zwischen GT7, ACC und iRacing war. Ich merke allerdings, es klappt manchmal nicht so perfekt, weil manchmal ist einfach eine intensivere Gran Turismo-Zeit. Dann habe ich wieder mehr Zeit und Lust auf iRacing. Das heißt, ich werde jetzt nicht immer so krampfhaft gucken, dass ich diese Abwechslung drin habe. Ich werde es versuchen, weil ich weiß, da manche von euch sich für alles interessieren, aber manche von euch dann eben auch ganz speziell eine Simulation sehen wollen. Und mir macht es einfach auch nach wie vor wahnsinnig Spaß, die ein bisschen durcheinander zu mischen. Und es stehen auch noch weitere Rennspiele und Simulationen auf dem Plan, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Aber in den nächsten Wochen, jetzt über den Sommer hinweg, habe ich mir gedacht oder mir fest vorgenommen, es bleibt bei dem Fokus Gran Turismo 7, Assetto Corsa Competizione und iRacing. Und das in einem einigermaßen gesunden Wechsel. Und ich möchte den Sommer jetzt wirklich nutzen, mich jetzt hier wirklich richtig nochmal auf die neue Hardware einzuschießen, üben, besser zu werden, neue Lizenzen freizuschalten. Um dann, ja spätestens ab Herbst, Winter diesen Jahres, dann vielleicht auch mal ein bisschen in höheren Ligen unterwegs zu sein. Aber mal gucken, das ist jetzt der aktuelle Plan. Ich habe wieder richtig Bock, ich habe die Freude am Fahren zurückgewonnen und ich habe auch Lust auf alles andere, was da kommt. Ich muss bloß mal gucken, dass ich es nicht übertreibe deswegen. Aber ihr wisst an sich, es gibt mich noch, es gibt mir per se auch gut und ich habe auch richtig Bock auf das hier und kann mich an der Stelle auch wirklich einfach nur nochmal für eure Unterstützung bedanken. Egal, ob es einfach nur das Zuschauen und Zuhören ist, ob es die positiven Bewertungen sind, aber natürlich auch alle, die zum Beispiel auf Twitch über die Subs unterstützen. Alles andere als selbstverständlich. Aber das hilft auch hier, dieses Projekt am Laufen zu halten und auch weiter aufzubauen. Deswegen, egal in welcher Art und Weise ihr es supportet, das ist wirklich sehr, sehr willkommen und sehr, sehr geschätzt. Vielen Dank dafür. Das war somit jetzt mal der kurze Rundumschlag zu, was waren in den letzten Wochen und was ist jetzt in der nächsten Zeit geplant. Und jetzt kommt eine Sache, vielleicht ist sie auch gar nicht so groß, wie sie sich anfühlt, aber irgendwie dann doch ein Thema, was mir schon sehr, sehr lange durch den Kopf gegangen ist. Und ihr habt es im Thumbnail, im Videotitel dann auch schon gesehen und euch vielleicht auch schon gefragt, was macht er denn jetzt wieder für eine bekloppte Sache. Aber das ist wirklich kein neues Thema. Ich habe es auch innerhalb der Community immer mal wieder angesprochen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Meine Projekte auf Twitch, auf YouTube und die dazugehörigen Social Media Kanäle werde ich umbenennen. Und zwar von Kotzperr TV, was ja die Kurzversion von Kotzener Eisperr TV war, beziehungsweise ist auf McRalf Racing. Der eine oder andere, bin ich fest davon überzeugt, wird davon nicht begeistert sein, aber ich habe es ja am Anfang des Videos schon gesagt, keine Sorge. Und dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Die KBTV Community und die Racing Teams wird es weiterhin geben. Und ich werde auch nach wie vor ein Teil dieser Communities und dieser Racing Teams sein. Aber ich erkläre euch mal kurz den Hintergrund, warum benenne ich aber die, ich sage mal, die Content Creation Kanäle, auf denen ich aktiv bin, um. Und wo kommt dieser Name her? Deswegen ganz kurz außenrum für alle, die es nämlich interessiert. Kotzener Eisperr TV gibt es jetzt, wenn dieses Video hier erscheint, ziemlich genau fünf Jahre. Am 5. Juni ist dann tatsächlich der fünfte Geburtstag. Und vor fünf Jahren habe ich das Ganze hier begonnen mit, ich glaube, es waren sogar die ersten Livestreams auf YouTube gewesen, dann Videos. Irgendwann bin ich dann auf Twitch, was die Livestreams angeht, gewechselt. Aber ich bin davor schon einige Jahre auf YouTube aktiv gewesen und zwar unter dem Synonym McRalf Gaming. Das war wirklich ein ganz klassischer Let's Play Kanal mit verschiedenen Computer- und Videospielen, aber auch Rennspielen. Und insbesondere Gran Turismo Sport hat mich damals auf der PlayStation 4 dann so ein bisschen in diesen Sim-Racing-Bereich reingetrieben, der mich dann eben bis heute festgekrallt hat. Und das war ein spaßiges Projekt. Das war ein Projekt, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist diese klassische Let's Play, also kommentiertes Gameplay-Zeit gewesen, die mittlerweile immer ein bisschen weniger wird. Mittlerweile sind Livestreams und, ich sag mal, actionreich geschnittene Videos ja die deutlich erfolgreicheren Formate auf YouTube und Twitch. Aber damals, ich war da einige Jahre schon auf YouTube unterwegs, habe ich mich in einem professionellen, also in einem Berufsverhältnis befunden. Ohne jetzt die Namen und die genauen Hintergründe alles zu nennen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Name, beziehungsweise der Nickname McRalf ist sehr nah an meinem realen Namen, was ganz bewusst damals so gewählt war, weil ich eine Verbindung zwischen der realen Person und der virtuellen Person bringen wollte. Und damals war ich allerdings noch ohne Kamera unterwegs, damals nur mit Mikrofon. Und ich habe mich in einem Berufsumfeld empfunden, in dem ich das Gefühl hatte, dass man, wenn jemand aus diesem Umfeld mitbekommen würde, dass ich doch sehr viel Zeit und Energie in dieses Hobby hier reinstecke. Dass ich, ja wie gesagt, ich drücke es jetzt mal ganz bewusst ein bisschen überspitzt aus, im Internet rumspiele und komische Sachen ins Mikrofon sage, also das wird ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht kennt es manche von euch auch, dass das Hobby Gaming, auch wenn es wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten Riesenschritte getan hat, doch beim einen oder anderen noch einen komischen Beigeschmack hat. Das ist immer weniger geworden, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich damals sehr unwohl gefühlt, beziehungsweise auch nicht sicher genug gefühlt, das offen zu spielen. Und ich hatte ein bisschen die Sorge, dass mit dem Namen McRalph, der wie gesagt sehr nah an meinem realen Namen ist, plus meine Stimme, jemand erkennen könnte, ach, das ist doch mein Kollege. Und hatte nicht das Gefühl, dass das im damaligen Umfeld gut angekommen wäre. Ich kann mich da komplett täuschen, das ist vielleicht auch nur eine persönliche Wahrnehmung gewesen, aber das war so eine Sorge, die ich mit mir rumgetragen habe, mit der ich mich wirklich sehr unwohl gefühlt habe. Und damals kam dann die Idee raus, pass auf, ich mache einen Cut, ich mache ein komplett neues Projekt auf, das sich dann auch auf Racing, Games und Rennsimulationen konzentriert und gehe quasi in eine komplette Anonymität. Zukünftig bin nicht ich das, sondern das ist dann dieser komische Eisbär, der am Anfang des neuen Kanals dann auch im einen oder anderen Video und Foto aufgetaucht ist und nennt das Ganze kotzende Eisbär-TV. Also die Geschichte, wie es zu dem Namen gekommen ist, die will ich jetzt gar nicht nochmal rausholen, aber das war ein bisschen der Hintergrund. Kompletter Cut, komplett neues Projekt mit neuem Fokus und ein Name, der nicht ansatzweise mit mir zu tun hat. Natürlich auch mit einem großen Augenzwinkern. Und so ist KBTV damals tatsächlich entstanden. Und mit der Zeit über die Jahre bin ich ein bisschen reifer geworden, aber auch deutlich selbstbewusster. Und mittlerweile bin ich so stark geworden, dass ich sage, ich stehe 100% in diesem coolen Hobby, was ich habe. Es macht mir so einen Spaß. Ich sehe aber natürlich auch, wie es natürlich auch immer akzeptierter wird, weil einfach immer mehr Leute sich selber auch als Gamer bezeichnen. Und, auch ganz wichtig, ich befinde mich mittlerweile in einem Berufsumfeld, in dem ich mich das nicht nur traue zu sagen, sondern wirklich in einem Umfeld, in dem es sogar gefördert wird oder sogar gewünscht und unterstützt wird, dass die Leute für das, was sie sind, für das, was sie machen, für das, was sie toll finden, auch wirklich geschätzt werden. Und, also, wie gesagt, dieses Gesamtumfeld, ich selber mittlerweile, stehe 100%ig dahinter und ich befinde mich in einem Umfeld, was sowas auch 100% unterstützt. Und das ist dann auch der Grund, warum ich vor einigen Monaten dann eben hier auch auf die Kamera gewechselt bin, was sicherlich auch ein wohlüberlegter Schritt sein sollte oder damals auch war. Und mittlerweile fühle ich mich wohl. Es macht mir hier wirklich riesen Freude mit euch. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Bogen, ich brauche und ich möchte diese Anonymität nicht mehr. Also im Sinne von, ja, trotzdem versau ich meinen realen Namen jetzt nicht überall raus, trotzdem halte ich gewisse Dinge wie meinen Wohnort und alles sowas noch zurück. Ja, also das sind alles so Dinge, auf die lege ich Wert, einfach auch aus Datenschutz- und Privatsphäregründen. Aber ich stehe für das, was ich bin, ich stehe für das, was ich hier mache. Und in dem Zuge ist nämlich was ganz Komisches passiert. Ich habe mich, und dieser Prozess ist jetzt, glaube ich, auch schon eineinhalb Jahre alt, immer unwohler gefühlt als Kotzbär bezeichnet zu werden. Und auch wenn ich den Eisbär sehr schätze und ihn immer noch, ich liebe ihn, ja, ich habe ihn damals aus der Taufe gehoben, ich bin immer noch überzeugt von der Idee und wie gesagt, das sollte ja auch das mit diesem Augenzwinkern sein, das alles hier nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber ich habe doch gemerkt, jetzt, wo ich wirklich vor der Kamera sitze, jetzt, wo ich auch versuche, in den nächsten Wochen, Monaten auch noch mal ein ganzes Stück das ganze Simracing-Thema noch mal ein bisschen zu professionalisieren, den Content noch mal ein bisschen zu verändern, fühle ich mich irgendwie nicht mehr in der Rolle, der kotzende Eisbär zu sein oder Kotzbär, die wirklich einfach nur die bequeme Abkürzung ist, weil kotzender Eisbär-TV einfach viel zu lang ist für die meisten Kanäle. Und ich habe einfach gemerkt, ich mag den Eisbär nach wie vor, aber der Eisbär bin nun mal nicht ich. Und kam einfach wieder zurück, dass ich mich lange, lange Jahre als McRalph eben auch in der virtuellen Welt bewegt habe und mich einfach auch als McRalph fühle. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ein paar von euch haben vielleicht auch schon abgeschaltet und denken sich, was für ein komisches Gelaber. Aber mir war das wichtig, einfach das mal zu sagen, weil den Gedankengang habe ich schon lange. Ich habe mich aber irgendwie nie so richtig zu dem Schritt getraut, weil ich gedacht habe, du kannst doch bei KBTV nicht komplett, also das geht ja nicht. Also das ist ja auch irgendwie so eine gewachsene Community und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt quasi diese Kompromisslösung gefunden. Und ich fühle mich so wohl mit dieser Entscheidung, auch wenn sie vielleicht nicht allen von euch gefallen wird. Aber ich fühle mich so wohl damit. Ich habe so Lust darauf. Ich habe ein neues Logo entworfen. Ich werde das Ganze auch ein bisschen von dem Grün weg, ein bisschen farbenfroher gestalten, ein bisschen noch mehr Freundlichkeit reinbringen, für die unsere Community auch total steht. Und da werdet ihr dann in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr sehen, wie der neue Auftritt ist, wie die Fahrzeuge neu aussehen und so weiter und so fort. Deswegen, also das einfach mal generell. Seid mir nicht böse, dass es den Eisbären zukünftig weniger zu sehen gibt. Aber ich habe mir wirklich viele, viele Monate darüber Gedanken gemacht. Und ich fühle mich jetzt, wo ich mich dazu entschieden habe, aus KBTV oder also den Kanälen eben McRalf Racing zu machen, fühle ich mich einfach pudelwohl. Und den alten McRalf Gaming Kanal gibt es ja auch noch. Und ich denke eben auch gerade darüber nach, den auch wieder ein bisschen zu reaktivieren. Im Sinne von McRalf Racing, also dieser Kanal hier, der einfach nur einen neuen Namen bekommen wird, wird weiterhin den Fokus auf Rennsimulationen und Rennspiele haben. Und der alte McRalf Gaming Kanal, auf den werde ich wahrscheinlich ab und zu einfach mal wieder klassischere Computer- und Videospiele spielen. Auch das ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Ich spiele so gut wie keine normalen Spiele mehr, weil die paar Stunden Zeit, die ich habe in der Woche, ein bisschen so krampfhaft, so gerade mal zwei, drei Livestreams pro Woche, für mehr reicht es nicht. Die sitze ich halt hinterm Lenkrad, ab und zu hinterm Kommentatorenmikrofon. Aber dieses Hobby, mit dem eigentlich alles angefangen hat, das klassische Spielen von Computer- und Videospielen, das ist bisher komplett hinten runtergefallen. Und wie gesagt, Racing bleibt definitiv der Fokus. Aber ab und zu werde ich dann auch mal wieder auf dem alten Kanal, ganz bewusst dann auch auf dem anderen Kanal, mal wieder ein Strategiespiel, mal wieder ein Jump'n'Run, mal wieder ein Action-Adventure anschmeißen. Und deswegen, wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne bei McRalf Gaming mit dabei. Wenn ihr sagt, Mensch, den komischen Mann hinter dem Mikrofon, hätte ich auch mal Lust, den anderen Spielen zu sehen, dann lasst auch da gerne ein Follow da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das wird ein unregelmäßiges Freizeitprojekt, aber ab und zu, wenn es mich da mal überkommt und ich meinen Racing-Plan für die Woche erledigt habe, dann kann es eben auch sein, dass da mal was passiert. Deswegen, McRalf Gaming wird ein Stück weit wieder reaktiviert als klassischer Gaming-Kanal. Aus kotzender Eisbär-TV wird McRalf Racing mit ein bisschen persönlicheren Touch, was mich so als Person betrifft. Und, und jetzt nochmal der Bogen zum ganzen Ende, die kotzende Eisbär-TV-Sim-Racing-Community, insbesondere auf Discord, wird es weiterhin geben. Die wird auch weiterhin so heißen. Und auch die KBTV Racing Teams wird es weiterhin geben. Und im Endeffekt ist das so, also McRalf von McRalf Racing ist halt ein Teil der KBTV-Sim-Racing-Community und auch ein Teil der KBTV Racing Teams. Und auch auf meinen neuen Lackierungen, auch wenn die, wie gesagt, farblich und vom Logo her dann ein bisschen anders aussehen werden, wird auch das KBTV-Logo auf jeden Fall draufbleiben. Und, ähm, ja, also das ist so ein bisschen mein Gedankengang. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu wirre und zu bekloppt ausgedrückt, aber, ähm, ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Aber, nochmal, es fühlt sich mich für mich einfach total richtig an. Ich habe da richtig, richtig Lust drauf und, ähm, ich würde mich sehr freuen, äh, wenn ihr mir dann trotzdem die Treue haltet. Und dasselbe gilt dann auch für den Sim-Racing-Podcast. Aus dem wird dann eben vom KBTV-Sim-Racing-Podcast dann eben der McRalph-Sim-Racing-Podcast. Ansonsten bin ich nach wie vor der alte Typ, nur mit einem neuen Namen, zumindest teilweise. Und, ähm, ja, das war eigentlich erst mal alles, was ich loswerden wollte. So, jetzt hoffe ich nicht, dass, ähm, die YouTube-Kommentare und der Twitch-Chat hier mit brennenden Fackeln eingerannt werden. Ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung so ein bisschen nachvollziehen und, ähm, haltet mir trotzdem die Treue. Und, wie gesagt, ähm, wir bleiben auch nach wie vor eine tolle, kotzende Eisbär-TV-Community und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und Rennen mit euch. Und, ja, deswegen, seid gespannt, was da kommt. Ich hoffe, wir sehen uns bald dann auch mal wieder live. Und, ähm, ja, das war's jetzt erst mal. Genug Eigenwerbung und Show um alles das, äh, was da jetzt geplant ist. Und ich sag für heute erst mal Tschüss. In den nächsten Tagen geht's dann sowohl live, äh, als auch dann eben am Podcast und auf YouTube weiter. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Danke für eure Interesse. Und, ähm, egal, was ihr davon haltet, ich freue mich auf jeden Fall über eure Meinungen, über euer Feedback in den Kommentaren. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich das nächste Mal. Euer McRalph. Danke euch. Danke euch.